ja moin ihr hypergans ja willkommen zu einem neuen video und ja auch ein herzliches willkommen an die Zuschauer vom Zinox von Elias ich befinde mich hier auf unserer ja wie sagt man so schön LPT Welt wie man so unschwer erkennen kann ja es lädt noch alles ist ganz klar ja dieses Video soll letztendlich nur als kleine Information dienen jetzt für diese Woche aber in der nächsten Woche Freunde da geht's heiß her kann man so sagen denn ich bin im Moment Alleinunterhalter wie man das so schön sagt denn der Elias hat im Moment gar keine Zeit um aufzunehmen das ist dieses kleine Problemchen was wir haben deswegen versuche ich euch jetzt zwei Wochen lang alleine zu unterhalten und mal schauen vielleicht haue ich ja am Freitag noch ein Video raus dieses Video kommt exakt heute heute ist Mittwoch heute kommt dieses Video und ja wie gesagt es sieht einfach so aus Elias kann im Moment gar nicht aufnehmen er ist privat verhindert kann man so sagen es ist nett ausgedrückt deswegen hat der gute Elias mir auch seinen Kanal für die Zeit überlassen wo er nicht aufnehmen kann wir werden wahrscheinlich frisch wieder am 7. oder 9. aufnehmen und dann kommt in dieser Woche dann definitiv noch eine Folge Minecraft together oder 2 dann haben wir ja September und das heißt dann kommen wieder 2 Folgen den Plan den ich mal angekündigt hatte was für welche Folgen kommen oder was für Videos kommen muss ich nochmal ehrlich gesagt überdenken weil GRID 2 habe ich im Moment noch nicht und da war noch irgendeines was ich angekündigt hatte was im Moment vielleicht schwierig wird zu beschaffen irgendwie und deswegen dachte ich mir belassen wir es erstmal bei Minecraft sowieso dann schauen wir mal vielleicht versuchen wir uns nochmal ein Fear 1,2,3 habe ich ja hier Trilogie mal schauen vielleicht fangen wir an mit 1 ich habe noch Splinter Cell Splinter Cell wo warte jetzt Splinter Cell Dark Conviction habe ich noch hier ich habe noch was habe ich noch hier ja das war es im Grunde genommen Tropico hatte ich ja schon mal probiert funktionierte ja nicht wegen der Gamer Sniper Ghost Warrior würde ich gerne funktioniert aber nicht weil da irgendwas mit dem PC nicht stimmt er erkennt das Spiel nicht woran es jetzt liegt kann ich euch nicht sagen ich muss mal gucken was der Idiot hier unten für eine scheiße voranstalten also nicht jetzt Elias sondern ähm so der Enderman glaube ich nämlich kann man nämlich das hier auch direkt so machen sieht er nämlich schon direkt besser aus so ja endlich funktioniert die Welt endlich hat sie geladen und es steht auch hier noch einiges an Freunde das kann ich euch definitiv schon mal sagen ähm wir werden ja unser Haus hier oben das haben wir jetzt im Grunde genommen beschlossen nach hinten irgendwie verlegen ich habe hier hinten schon wie ihr wisst im LP ausgebaut das hat jetzt unser Kackstift das ist glaube ich unser Kackstift ähm hier schon ein bisschen ausgebaut hier ist zugebaut hier bis hier vorne ist alles mit Erde ist alles Erde die Bäume sind im Großen und Ganzen weg und ähm ja dann versuchen wir da mal was hinzuzimmern so Art Gebäude dann kommt das nämlich hier oben weg glaube ich zumindest dass es weg kommt das wissen wir noch nicht so genau und ähm ja also lasst euch überraschen was da kommt Freunde lasst euch definitiv überraschen auch die Freunde äh beziehungsweise Zuschauer von Elias lasst euch auch überraschen denn ähm auch auf eurem Channel wird was Spannendes kommen hoffe ich dass es spannend ist ähm es gibt dann klar kleine Unterschiede glaube ich denn ich werde nächste Woche Dienstag wird sehr wahrscheinlich ähm ja meine Fear Trilogie starten die wird bei mir auf dem Channel erscheinen dafür packe ich euch den Link dann nochmal auch mal kurz in die Beschreibung unter das spezielle Video was da von mir rauskommt und ja auf eurem Channel Leute auf Elias Channel muss ich ehrlich gesagt überlegen was da kommt äh vielleicht haue ich da ein paar Minecraft Minigames raus oder mal schauen ich weiß es noch nicht ich werde es mal überlegen was dabei rauskommt mit mir wird auf jeden Fall wahrscheinlich die vier Trilogie starten da wird es dann wahrscheinlich jeden Tag eine Folge von geben endlich mal wieder was anderes anstatt immer nur Minecraft aber es kommt ja gut an das ist das Schöne und ja mit dem es kommt ja gut an würde ich gerne dieses kleine Informationsvideo was es hier gibt jetzt beenden ich hoffe es hat euch Spaß gemacht ich hoffe ihr versteht das ein klein wenig wenn ja würde mich das sehr freuen bzw. uns sehr freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns dann bei Minecraft together ähm spätestens am 10. bzw. 12. 9. wieder ist noch ein bisschen bis dahin ich hoffe trotzdem ihr überbrückt oder könnt das gut überbrücken die Zeit bis dahin mit meinen anderen Videos die kommen werden mit Elias anders anderen Videos die kommen werden von mir produziert geht ja nicht anders und ähm ja wie gesagt ich gebe mir Mühe dass gute Videos rauskommen bei mir sowie bei Elias die spannend sein werden und dann würde ich sagen sehen wir uns ich sag zu viel würde ich sagen Herrgott nochmal ich muss mir das echt mal abgewöhnen ja dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei den nächsten Videos für die Leute die nur Minecraft together schauen sehen wir uns dann am spätestens 12. oder 13. 9. wieder ich hoffe wie gesagt schon wieder dieses Scheißwort ok ich hoffe dass ihr das verstehen könnt und ähm ja dann sehen wir uns wieder bis zum nächsten Mal ciao